Immer wenn du was baust, dann switch dir das um von der Motorsäge. Du kannst aber auch mal Strom schon legen mit großen Dingen. Tu erstmal vorne noch hier den kleinen Walz. Dann legen kann. Achso, ich baue mal. Erstmal die Spawner kaputt machen, die sind richtig. Die Mobs sind ein bisschen stärker. Was? Die Mobs sind ein bisschen stärker. Mittlerweile werden sie ja auch. Die fügen wir schon ein bisschen Schaden zu. Ich habe noch nicht so eine gute Abwehr wie du. Ich habe schon 10 Energieschulden und wir haben noch keine Energieschulden. Ja, aber jetzt rennen ja nur normalen auch. Die ziehen dir so wenig ab, dass das kaum wirkt. Schlimmer sind die alle. Ah, noch der Würmherrn hier. Dann ist Ruhe oder im Karton? Stehe ab. So, dann brauchen wir noch Strommasten. Dicken, fetten Würmer da. Mit Größen. Und dann bei jedem Strommasten irgendwo einen Laserdurm, damit das auch ein bisschen verteidigt ist, oder? Oder meist lockt das die Feinde wieder an. Ja. Das ist praktisch. Wir bräuchten halt irgendwelche... Wir könnten den halt zerstören. So, das Dörfen ist ausgerolltet. Das hat jetzt fraglich. Was? Ja, legen wir Strom. Das ist mal nicht höher. Aber halt so ein Mittegleise, gell? Ja. Zwischen den Gleisen dran. Gott, Gott. Das wird eine spannende Folge. Nur Gleise legen. Nur Gleise legen. Und holzen. Holzen. Ja, das muss halt sein. Wir wollen weit in die Ferne rücken. Denken wer Kupfer. Dann wäre schon ein gutes Kupferfeld für uns. Oder auch nicht. Ich frage mich halt nur, wie weit man weg muss, damit die Erze wirklich viel, viel besser sind. Weil ich habe so einen Videos gesehen, der hat dann mit einem Abbaugerät über 200.000 abgebaut. Okay. Wo er das hingestellt hat. Und das wäre halt für uns ideal, weil dann brauchst du ein Abbaugerät, wo wir jetzt 10 brauchen. Ja. Wenn ich jetzt so oft umsetze. Ja. Auf alle Fälle. Sonst müssen wir echt ewig umsetzen. Das ist ja das, was dann nervt. Gut. So. Da oben ist noch ein kleines Dorf, das machen wir noch platter. Platz, 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 Platz. Damit das... Oh, es ist laut, wenn wir weiter hier. Ölmuts ist schon wieder los. Wir sind irgendwo angegriffen. Wir sind irgendwo angegriffen. Ein Objekt wurde beschädigt. Ey, die haben sich doch echt aggressiv, die Dinger da. Das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir uns hüten, die werden echt immer schlimmer. Komische Eier hier. Den spawner noch weg. Es ist voll laut hier. Haben wir eine Landaufschüttung mit? Päuten, Landaufschüttung. Äh... Fakt, der hab ich ja jetzt gesamt schon. Nein. Der war falsch. Neu. Keine Information über ne gerade Schena. Das braucht man immer wieder. Nichts macht der Typ ordentlich. Wer? Ja. Du? Warum? Ich bin ein Baum im Weg. Nein, ehrlich wieder. Ich bin froh, dass ich auch irgendwas mache. Du kannst auch breiter abholzen, dann können dich auch gleich zweispurig dann legen. Ich lege mal einen Spurig, damit wir überhaupt mal was haben. Ja, und jetzt? Ja, hab ich jetzt hart gebraucht, Landaufschüttung. Du hast ein Zug, du kannst zurückfahren. Mann macht eigentlich... Barschgeile, du. Das ist halt die Frage, was wir da jetzt machen. Wer da weiterfahren? Eigentlich sind wir hier unten was. Natürlich ziehen wir gerade weiter, da bräuchten wir aber sicher Strom, damit wir das Dorf da oben ausrotteln lassen. Ja, das ist ein großes. Du musst halt... Wohl erst mal da. Leg mal rum. So, dann hast du schon... Dinger gebaut oder nicht? Thomas... Die sind halt teuer, gell? Die sind halt nervig wegen dem Mist. Ich weiß noch nicht... Darf ich Öl rein gefahren? Darf ich Öl rein gefahren? Bestensgegen, es gibt eine Möglichkeit, wie du Strommasten platzierst während du laufen. Na, wie ging das? Jetzt mal gucke, einfach... Steuerung... Also mit Steuerung wir auch machen könnten, wäre halt, dass wir irgendwie... Was? Nur Probleme zum... Das müssen wir uns ja auch nicht fehlen. Was sind die mehr? Blaupausen. Nee, es geht... Es muss ja gehen. Vielleicht mit Alt? Mit Alt geht's. Yeah, passt. Weil dann setze ich alles kleine, weil die sind ja relativ günstig. Und wenn er die hat, jetzt sitzt dann die hat, das wäre ja egal. Warum setzt du jetzt kleine? Ja. Weil die günstiger sind. Um einiges. Setzt doch die großen. Nö. Ich kann keine großen Kraft mitzwingen. Das ist völlig verwirrend. Warum völlig verwirrend? Gattes Willen. Rechts. Von rechts. Sehr gut. Muss man noch drücken, außer Alt? Nur Alt und Laufmalt. Und gedrückt halt in der Linken im Ausd kaste days. ich mache das schon mal ein paar ich hätte schon zurück von der seite das dauert zum kraften so aber jetzt jetzt hier halt längst hast du den strom schon angeschlossen oder ja über den strom läuft warum soll ich da groß nehmen die kleine auch geld hat man landaufschutz zu oben weiter noch geht nicht oder sonst legt du da zwei große stromasten ok ok so kurz ist das doch da vorne gar nicht unsere guten konstruktion die wir hier verwenden was für eine konstruktion meint das die das hier hat wo man schon viel signale sind also immer noch ein paar laser weg das hat man doch was haben wir hier wieder für probleme objekt wurde gehabt das war so umbauen zack bevor es ein großes dorf bei weitem ist ein flieger dem nicht weiterkommen da die frage wie mit zweiter fahren mit das anzug weil auch wie groß ist da unten ist schon mal ein bisschen ein größeres eispfett haben wir schon über 2000 sind noch gar nicht weit weg weil da oben ist schon groß ja schon ziemlich ja so weit weg sind wir gar nicht das problem ist wenn wir jetzt das obere dorf weg und weiterfahren dann müssen wir rechts und das ordentliche oder wir fahren die verteidigung von der geschützt hat durch den stadt ja ich kann keine bauklau oder mir fehlt kopf war also kann ich abgebaut werden wird sehen so was ist es gar nicht passt das doch darin wird es schon bis was hat schon passt das doch so du kannst auch Schiener legen, wenn du bist und dann müssen wir uns überlegen, was wir hier machen Interessant wäre ja, wenn wir uns hier noch eine kleine Basis aufbauen würden weil hier oben, könnten wir dann nach oben gehen, nach unten, nach links, nach rechts und da dann auch mit Satelliten und allen komplett ausgestattet Ja, aber dann können wir die oben da wirklich dann in Ruhe auslöschen und dann hat jemand Rückzugspunkt Lampen wären nicht so verkehrt, wenn wir da was hätten, gell? Kann keine Kraft bleiben mit Kupfer fehlt, keine Lampenkraften zu dem eine Lampe hinstellen Oh, kein Kupfer Lass dir wird auch Kupfer? Ja Na super, kann hier ein Ofenkraften? Obwohl die Kosten nicht sind Doch Kupfer Hier Deinen Lampen ist relativ wenig Achso, da sind die Dingslampen, die okay Sehen wir nicht gerade ausgegangen, dass du die mal Ja, die waren auch, guck mal, habe ich ja nicht Ja, aber irgendwie habe ich auch nicht Ja, doch, die waren ja 0,5, also eine halbe Platte, Bro Wo denkst du? Äh, wo sind Gleise? Gleise sind da Was ist? Wird Zeit, das Werkzeug geschlossen Ähm Ich brauche Apparatur Dinger Kann ich die Kraften? Natürlich nicht, weil mir Kupfer fällt Du mal hier mal zwei Leser, du mal hin als Abwehr Können die Schienen eigentlich zerstören? Ähm, Schienen zerstören sie glaube ich nicht, weil zerstören sind Züge Ja, wenn er rumsteht, sonst fährt man das ja auch Naja, aber wenn ein Dorf, ne, die drüberlaufen dazu, genau in die Reinfahrt zerstört sind Aber da ist die Frage, man kann ja die Züge, ich glaube jetzt durch Yoki, also die Yoki Züge, dann mit Waffen ausstatten glaube ich Da hast du einen Kript und da kannst du Waffen und sowas rein tun, glaube ich Irgendwas habe ich da gelesen, ja Muss mal schauen Da kann man ja persönliche Verteidigung rein tun, dann verteidigen die sich selbst Äh Das heißt, wir haben uns jetzt noch wieder Wir sind noch nicht, ne Ne Wir haben noch keinen Kript Das heißt, wir fahren mal zurück, holen uns Rohstoffe, Laserdürme Ich setz mich hinten rein, du darfst vorne Und bauen uns hier mal eine Base auf, also gebraucht Hallo Mauern und alles drum und dran Wann fahren wir denn? Ja, nach Hause Vereisen Vereisen ist noch nicht Das ist immer nicht der Weg Dann können wir uns hier eine ordentliche Base aufbauen Was wir halt vielleicht überlegen müssten, eine alternative Strom Tiefer Strom